Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ich muss schon schmunzeln wegen dem Titel dieses Rezept. Der Herrgott Scheißerle Salat, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein schwäbisches Rezept und heißt eigentlich im ursprünglichen ein Maultaschensalat. Maultaschen schwäbischen Herrgott Scheißerle finde ich viel süßer, vor allen Dingen ich liebe diesen Dialekt. Gewünscht wurde dieses Rezept oder es wurde ein Salat Rezept gewünscht von der Mareike Balzel aus dem Mitgliederbereich. Grüß dich Mareike, hier kommt deine Wunscherfüllung, weil du wolltest einen Salat der satt macht. Der macht Babs satt und ist so unfassbar lecker. Warum Herrgott Scheißerle? Da gibt es ganz viele Geschichten zu, wo das ursprünglich herkam, aus welcher Region und wer es erfunden hat. Es war nicht die Schweizer, sondern ich finde eine Geschichte ganz toll, die ich jetzt mal für mich in Anspruch nehme, die Mönche. Die durften bei der katholischen Kirche während der Fastenzeit ja kein Fleisch konsumieren und dann haben sie es einfach im Nudelteig versteckt und haben sozusagen den Herrgott beschissen. Deswegen Herrgott Scheißerle. Und ich finde das so schön und jetzt zeige ich euch direkt mal die Zutaten. So einfach, so lecker, ihr müssten euch nachmachen. Nachdem ich diesen Herrgott Scheißerle Salat das erste Mal gemacht habe, also die Family war begeistert, habe ich mir überlegt, dass da kann man sich doch bestimmt auch selber machen. Ich habe dir jetzt die Mautaschen, habe ich aus der Kühltheke des Supermarktes, habe auf gute Qualität geachtet. Dennoch finde ich es besser, dass man sie sich vielleicht selber machen kann. Ich muss mal dran rumbasteln und dann kommt es in die Playliste für den Pasta Maker. Aber das ist jetzt im Augenblick noch Zukunftsmusik. Wir brauchen auf jeden Fall für die Maultaschen nachher 300 Gramm heißes Wasser. Im Hauptrezept steht jetzt 600 Gramm Maultaschen aus dem Kühlregal. Ich musste zwei Päckchen nehmen, weil eins hatte 360 Gramm. Das reichte natürlich dann nicht aus. Und jetzt habe ich halt 720 Gramm. Ich werde sie trotzdem einfach verarbeiten. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert und das funktioniert auch wunderbar vom Geschmack her, wenn ihr 720 Gramm habt. 600 stehen, wie gesagt, im Rezept drin. Zwei Römer Salat Herzen, eine halbe Gemüse Zwiebel, sollte ungefähr 120 Gramm sein. Dann einen roten Apfel. Wir sollten da auch bei 200 Gramm sein. 30 Gramm Olivenöl, 70 Gramm Speckwürfel, 50 Gramm Cornichons. Könnte man Gewürzgurken nehmen? Ja, ich weiß allerdings nicht, ob es sich dann geschmacklich so verändert, weil Cornichons sind schon wesentlich milder, finde ich jedenfalls. Dann 20 Gramm Balsamico, Essig-Hell, einen halben Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel weißen Pfeffer und einen halben Teelöffel Dijon-Senf. Als erstes nehme ich meine Salatschleuder und gebe mir zwei Liter Wasser hier rein. Dann mache ich zwei Teelöffel Natron rein, weil gerade Salat, Äpfel, überhaupt, Gemüse, was ist bei Bio nicht schon alles hängen geblieben, wo man trotzdem Pestizide festgestellt hat und so. Und ich vertraue dem Ganzen nicht mehr. Und ich will das auch nicht in meinen Lebensmitteln, in meiner Nahrung drin haben. Deswegen löse ich mir jetzt hier das Natron auf. In zwei Liter Wasser habe ich jetzt zwei Teelöffel. Das kann man sich gut merken. Ein Teelöffel auf einen Liter Wasser. Da gebe ich dann meinen Apfel rein. Und die Küche ist so klein. Ich muss immer jonglieren mit meinem Platz hier. Und dann die Römer Salat Herzen. Die lasse ich einfach darin baden für 15 Minuten. Und dann gehe ich hin und spüle es nochmal mit Wasser ab. Dann bin ich mir sicher, dass es Pestizid frei ist. Eine Sache möchte ich euch allerdings noch erklären. Im Internet wird so häufig gezeigt, dass man zum Natron auch noch einen Teelöffel Essig mit rein macht. Bitte, bitte mach das nicht. Diejenigen, die sich mit Reaktionen auskennen, wissen ganz genau, machst du Essig und Natron zusammen. Dann hat man eigentlich nur noch Wasser, weil es hebt die Wirkung auf. Es hebt sich gegenseitig auf und dann habt ihr die Pestizide trotzdem noch in eurem Gemüse oder in eurem Obst. Also hört ihr, kommt schon gut was runter. Und das spüle ich dann nachher nochmal mit klarem Wasser ab. Jetzt nehme ich mir meinen Varoma Behälter, setze mittig meinen Dampfkamin, damit die Schlitze frei bleiben. Und hole mir meine Maultaschen und schneide mir die in Streifen. Also ich mache die ungefähr in so dicke Streifen, dann zerfallen die auch nicht. Und das kommt dann in meinen Varoma Behälter. So, ich gebe immer schon heißes Wasser in den Mixtopf und zwar 300 Gramm. Deckel aufsetzen, Varoma in den Verschließen und das wollen wir jetzt dünsten und zwar 15 Minuten auf Varoma Stufe 1. Die habe ich jetzt abgespült, den Apfel auch und den Salat werde ich jetzt einfach aufleudern. Das reicht auch schon. Und wunderbar trocken. Hier sind meine Herrgottsbscheißerle. Ich liebe dieses Wort. Das finde ich so cool. Das setze ich mir auf Seite. Und den Mixtopf werde ich leeren. Weiter geht's. Und zwar kümmern wir uns jetzt um die Zwiebel und um den Speck. Die Zwiebel schneide ich jetzt einfach in Spalten. Jetzt könnt ihr hingehen und könnt die Zwiebel und den Speck könnt ihr gerne in der Pfanne mit ein bisschen Öl ausbraten. Oder wenn ihr den TM6 habt, dann könnt ihr es auch machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe hier meine Rezepte, dann habe ich meine eigenen Rezeptlisten. Die Kreation, die kann man ja so anfertigen, Rezeptlisten aufbauen. Und ich habe mir eine angelegt, die heißt anbraten. Es gibt nämlich hier ein Rezept, das heißt, wo haben wir es denn? Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel und Chili, Zwiebel, Knoblauch, hier Zwiebeln und Speckwürfel anbraten. Dann starte ich ganz einfach das Programm und hier Olivenöl, da gebe ich 15 Gramm Olivenöl rein. Weiter geht's dann mit 150 Gramm Speckwürfeln. Gut, das haben wir nicht, aber wir haben unsere 70 Gramm. Dann sagt der Messbecher nicht einsetzen, ja, ja. Ich will das aber alles zusammen machen und deswegen gebe ich einfach, man kann sich ja durch das Programm auch ein bisschen durchschummeln, ich gebe dann einfach meine 120 Gramm Gemüsezwiebeln dazu. So, ich habe euch jetzt einfach mal ein bisschen näher herangeholt. Die Zwiebel habe ich jetzt drin und dann sagt er mir, ich soll den Spritschutzdeckel aufsetzen. Das mache ich nicht. Ich setze mir das hier auf und weil ich ja von der Menge weniger habe als das, was das Rezept vorgeht, anstatt zehn Minuten brate ich das Ganze nur sechs Minuten an. Das reicht vollkommen. So, während das Ganze hier brutzelt, werde ich dann schon mal meinen Apfel entkernen und einfach in grobe Stücke schneiden. So, ja, sehr gut. Es reicht, umfüllen in eine Schüssel. Jetzt kommen 200 Gramm Apfelstücke dazu. Dann unsere 50 Gramm Cornichons. 10 Gramm Olivenöl. Vom Balsamico 20 Gramm. einen halben Teelöffel Salz. Einen Viertel Teelöffel weißen Pfeffer. und einen halben Teelöffel Dijon Senf. Ich stecke jetzt meinen, müsste reinpassen. Ja, gerade so. Gerade so passt es noch rein. meinen Mixi Meiser. Deckel aufsetzen. Fünf Sekunden auf der Stufe 10. Und ich brauche eine große Salatschüssel. Und ich nehme einfach hier die Salatschüssel von der Schleuder. Das ist alles gar kein Problem. Ich liebe es praktisch in der Küche, weil ich weiß, es bleiben keine Überreste. Das wird so was von schnell weggefuttert. Ich habe das beim letzten Mal gesehen. Ich habe gedacht, zuerst habe ich gedacht, ob das mal was für den Sohnemann ist. Von wegen. Jetzt gebe ich das dazu, was wir im Mixtopf haben. Eine richtige Soße ist es ja nicht. Deswegen kann ich auch nicht Soße dazu sagen. Weil ihr seht halt, das ist die Konsistenz. Und das erste Mal, als ich das gesehen habe, dachte ich, naja, ob sich das so gut verbindet. Doch tut's. Und den Römer Salat einfach in mundgerechte Stücke zupfen. Und denkt daran, es sind vier Personen. Man kann das schon ein bisschen abschätzen, wie viel man von dem Salat reinmachen möchte. Und dann kommen die Maultaschen. Wir haben schon ein paar dazu. Die sind noch lauwarm. Also ihr könnt den Salat lauwarm essen oder kalt. Er schmeckt beides so hervorragend. Und dann wieder ein paar Maultaschen dazu, damit es sich nachher leichter vermischen lässt. Das war's, die restlichen Maultaschen oben drauf. Und dann wird das Ganze vermischt. Schaut mal, das sieht doch super lecker aus, gell? Wenn ihr das riechen könntet. Für mich reicht diese Soße. Wenn ihr allerdings so richtige Soßen-Liebhaber seid. Manche Leute mögen ja ihre Salate gerne ertränken. Dann könnt ihr den letzten Schritt einfach die anderthalb-Mache-Fänge. Oh Gott! Die anderthalb-fache Menge könnt ihr dann dazugeben. Also von Apfelstücken, Cornichons, Olivenöl, Balsamico, Salz, Pfeffer und Dijon. Das könnt ihr dann in der anderthalb-fachen Menge anrühren und drunter geben. Aber das ist... Ach Gott! Das ist so yummy! Ich probier's einfach jetzt mal. Mh! 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 Och, meine Herren! Also, für mich, ich mag ihn lauwarm. Aber wenn der kalt geworden ist und ihr mischt den nochmal durch und das so richtig durchgezogen, ist das natürlich noch ein bisschen intensiver. Aber liebe Mareike, ich glaube, du wirst ihn lieben. Und probier ihn einfach mal aus und lass deinen Kommentar drunter. Das ist ein Salat, der macht dich satt und der ist auch gut für euren Garten oder zum Picknick oder so. Kann man super mitnehmen. Einfach in die Kühltasche mit ein paar Akkus oder so, ja. Und ihr seid im Garten am Nachmittag gut aufgehoben und versorgt. So, das war's für heute. Ich möchte es nochmal sagen. Das war der Herrgott Scheißsalat. Ich find den Namen einfach nur herrlich. So, ich hab meinen Spaß gehabt. Ihr hoffentlich auch. Und jetzt warte ich darauf, dass mein Sohn von der Arbeit heimkommt. Und dann wird der Salat schnabuliert. Er wird begeistert sein, dass es den nochmal gibt. Ich hatte nämlich letzte Woche gemacht zum Ausprobieren. Und ja, dann geht's weiter in dieser Woche. Und am Mittwoch gibt's ein Brotrezept. Wieder ein neues. Ihr werdet begeistert sein, weil es geht sehr schnell. Okay. Es wird einfach alles zusammen gemischt. 15 Minuten gehen lassen. Ab in den Ofen. Fertig. Und das schmeckt super, super. Könnt ihr zum Frühstück nehmen. Einfach mit ein bisschen Butter drauf oder so. Oder zum Grillen, Picknick. Oder, Marecke, zu deinem Salat mit in den Garten nehmen. Also, es ist einfach nur yummy, yummy, yummy. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Bleibt neugierig. Eure Claudia. Ciao. Ciao. Ciao.